Ach, mein Chef, der ist aber auch doof und meine Eltern, die nerven mich auch total. Ich bin doch auch nur ein Mensch und kann nicht alles auf einmal machen. Was ist das denn für ein schöner Ort, so entspannt? Der Strand strahlt total viel Ruhe aus. Irgendwie fehlen mir meine Kollegen, meine Freunde und vor allem auch meine Familie. Ich bin froh, dass es alles bloß ein Traum war, dass ich jetzt zur Arbeit gehen kann und danach werde ich den ganzen Tag mit meiner Familie verbringen.